Holy Spirit, heiliger Treibstoff, so heißen unsere gemeinsamen Tage hier in Schladming. Wir waren da mit 70 Jugendlichen und jungen Erwachsene. Wir haben hier eine intensive christliche Glaubenswoche erlebt. Die charismatische Erneuerung Österreich hat dieses Meeting organisiert. Ich heiße Anna und komme aus Niederösterreich. Was mir in dieser Woche gefällt, ist die Gemeinschaft und dass man jeden Tag etwas Neues von Gott aufbärt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hallo, ich bin der Claudius aus Kärnten. Und was mir super gefallen hat, war die Gemeinschaft, mit der man nicht nur Spielsport, Spaß und Action haben kann, sondern auch die Freien der geistigen Inputs. Ich bin die Katja aus Niederösterreich und mir hat die Woche urgut gefallen. Und am besten habe ich gefunden, die Lobpreisabende und die Gemeinschaften Spaß, die wir gehabt haben. Hallo, ich bin der Christian aus Niederösterreich. Ich habe die Gemeinschaft viel cool gefunden. Und in dieser Woche hat mich Jesus viel angesprochen und mich berührt. Und ich habe die Gegenwart Gottes viel erfahren dürfen und neu aufdanken können. Hallo, ich bin der Thomas Niederösterreich. Und mir hat in dieser Woche ganz besonders gefallen, dass man einfach in der Gemeinschaft sein kann, wie man ist. Dass jeder dich annimmt, wie du bist. Und vor allem war es wunderschön, dass ich endlich wieder die Kraft und das Wirken Gottes spüren konnte. Hallo, ich bin die Veronika aus Tirol. Und mir hat die Woche voll gut gefallen. Einerseits, weil es voll viele coole Leute gibt, die die meisten kennengelernt haben. Und ich habe einfach gespürt, dass Jesus da ist und dass er mich liebt, so wie ich bin. Und dass ich mich nicht verändern muss und gar nichts leisten muss. Und dass er mich nie verlasst. Und das ist echt total schön. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Also ich bin der Bene aus Bayern. Mir hat vor allem hier diese Gemeinschaft gefallen mit den ganzen Leuten hier. Die Lobpreiszeiten und auch die Kleingruppenzeiten, wo man einfach mit den Leuten tiefere Gespräche führen konnte. Ich bin der Bruder René. Finde mir was wunderbar, mit den jungen Menschen diese Tage zu erleben. Und ich weiß jetzt, was in dieser Weltmeisterstadt, was mein Leben wirklich ganz groß rauskommen lässt. Wenn ich gemeinsam mit anderen mich auf Gott konzentriere und den Geist Jesu danke. Das und mehr kannst du erleben beim Holy Sprit!